schuss kinder moin ich muss noch rumdrehen so moin ich wollte ja eigentlich schon noch noch mal früher videos gemacht ja aber er ist ja alles krank ich fühl mich auch wie geschiss und trolli hat richtig erwischt delias ist auch krank also nun mal lazarett er so sahne ja ich hoffe euch geht es besser also wie gesagt jetzt bei mir jetzt nicht dass mir jetzt richtig schlecht geht so gibt man halt nicht besonders ja und was denn jetzt ja auf jeden fall was wollte ich jetzt sagen achso heute hat Heiko Geburtstag und da fahr ich zu ihm in die Ria es hat einige gefragt was das Heiko hat und wie es ihm geht und so weiter und so fort also im Heiko geht es jetzt richtig gut ist ja nicht bei mir ne also geht es ihm jetzt richtig gut er hat alles weit gut überstanden der Dingo ne klar gut der ist doch geisteskrank einfach habe ich mich an die Treppe gestellt oben ne die Laien ist so verheddert gewesen da habe ich gesagt mach mal halt dann ist er weiter gelarft dann ist eine Larve gelost und habe in 10 Minuten gestanden und gewartet bis er noch mal zurückkommen ist ne habe ich gesagt du wartsch jetzt da komm doch her aber jetzt kommen wir her komm und wenn ich mal jetzt die ganze Leine um den Hals wickele das ich den jetzt noch beizahre da das rutscht immer und ich mache es immer enger ich müsste vielleicht mal neue kaufen ja vielleicht mal irgendwann ja und äh das ist mir jetzt gerade nochmal aufgefallen wollte ich gerade sagen ja auf jeden fall habe ich gewartet bis er nochmal zurückkommen ist also komm ich fange mit dem Heiko hier dem ist ja ziemlich schlecht gegangen so richtig er hat jetzt alles also ist jetzt auf dem Weg der Genesung sag ich jetzt immer ne ich will euch nicht genau sagen was er hat das ist ja zu privat ich mein ähm was ist das da dann jetzt richtig Elias an ja ich bin ich Video am machen ne immer selbe Theater ja wie gesagt ich äh kann nur jetzt nicht mehr dazu sagen aber ja es geht's im Bett ich muss noch eine Zeit lang dort bleiben ich kann mal so ziehen ja aber dann ist hoffentlich alles gut und man kann weiter machen nicht wie vorher ich weiß es hat mir gewackelt ein bisschen viel ja ich geh ihn jetzt auch gleich nochmal zurück weil das ist immer nur der kurze moinz halt eben dass er selbst auch machen kann dass er sich immer dass er fit ist oh ey du sollst ja jetzt da schon mir abutzen ja wie gesagt da fahr ich heute Mittag hin ganz und nur sein Geschenk sozusagen oh Elias ey ich weiß gar nicht wie man so ekelhaft nerven kann ich bin auch weil gerade die dir rausgegangen was rief der jetzt in 20 Moin an da krieg ich am frühen Mai schon ne krieg ich schon ein Herzinfarktverbot nochmal ne lass mich doch mal scheiß nochmal mit dem Körper da mal noch in Ruhe gehen ey moinz ne krieg ich schon die Kretzei naja das wollte ich euch sagen wie gesagt hat er Heiko hat heute Geburtstag den er nicht mit uns verbringt hat meine gar nicht mit uns verbrungen wie gesagt aber als hoffentliche Verbesserung also ist ja ne die Genesung sozusagen oder wie man das nennt weiße wie ein Dings ne ja ja und von da her wird alles gut das denk ich mal ja doch jetzt mal aus ja ich ähm latsche jetzt daheim mit dem Hund und dann geh mal was essen also ich Hund hat jetzt ja grad schon vorher gegessen und äh ja dann äh guck mal mo ne was man heute noch machen heute mach ich denn eine Kuchen auf jeden Fall warte ich drehe euch mal rum der in die Wiese klotze ja noch schlimmer ne ja ich wollte euch nur sagen also heute äh mach ich denn eine Kuchen wo ich euch gesagt habe die Wucht den mach ich nämlich heute von der Heiko und äh jetzt rennt da nochmal das Regenblüter hoch komm jetzt ja und ähm das fülle mich dann wie gesagt das ist nämlich ganz ganz einfach ne da hat man innerhalb von 10 Minuten wenn es hoch kommt äh äh Kuchen äh gezaubert den man tatsächlich auch essen kann ne also der wirklich auch gut schmack ne also jetzt nicht dass man sagt ja man hat einfach was dahin geknuddelt ne und dahin gewutzt ja genau ja jetzt bin ich mal gespannt also wie gesagt mir geht's ja was auch nicht ne jetzt sind nicht blendend so aber ich musste ich musste jedenfalls ich fahre mit der Maske ne ist ja klar ne äh fassen nicht an ich muss mir auf jeden Fall dann die der Kuchen bringen und die Geschenke ne weil für mich ist das wichtig ne dass ich äh an einem Geburtstag bei einem bin oder zumindest ähm ähm die Person äh äh persönlich schwätze und Dings halt ne ja ja halt ja genau so ist das Komfortzimmern jetzt habe ich schon mal vergessen die Mülltonnen rauszustellen hier ich durfte das Kuhgesicht ehrlich ach das her ich dann immer erst wenn die äh durchfahre ne ja du gehst mir so auf die Nerven ehrlich ja und der Sege bin ich noch mal glücklich mit mir selber dass ich auch noch mal vergessen die Mülltonnen rauszufahre gut da ist jetzt noch nicht viel drin ne also wenn die in zwei Wochen noch mal kommt ist es dann voll ne jetzt ist es halt halber voll halber ja ja also es muss jetzt nicht dringend leer gemacht werden ich kenne es jetzt auch noch auf die andere Straße seit Sache ne das mache ich nämlich jedes Mal werde ich es jedes Mal vergessen das könnte ich mit der Mülltonne durch Salvesaaland weil bei hier also hier an der Hauptstraße da fährt der Müll, also der Müllwand hoch und nochmal runter ne vorher in Eibela da ist halt rückwärts hochgefahren und da haben sie so von zwei Seiten geholt die Mülltonnen ne und hier halt einfach nur von einer das hier habe ich dann noch die Chance wenn ich hier da so vorbeifahre die äh die Mülltonnen äh noch schnell auf die andere Seite zu fahren natürlich im äh wie soll ich sagen nur Einsatz meines Lebens ne wenn ich fahre Autos hochne oder ne so ist das ja nicht mach den doch so ja so ist das und die haben gesagt dass mir hoher offen schön aussieht ich weiß gar nicht ne ja jetzt sind andere Autos aber schön ist glaube ich was anderes ja so so ein bisschen kleiner Scheißer ne ja ein bisschen kleiner Scheißer komm jetzt muss ich da mal kurz in die Nase gucke ich kann das jetzt nicht so offensichtlich machen da ist doch richtig Ekelwetter ohne Witz ey komm rin komm geh rin komm 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 runter komm 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 bzw komm 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 so da bin ich. gut, das wollte ich euch nur sagen. heute hat der däuge Geburtstag und wie gesagt ich mag euch. da ist nachher der Kuchen, den ich mache. gut, bis später